ja es ist wieder freitag die freitagsschnipsel sind wieder da und heute geht es um das thema meet your ego was heißt das ich möchte euch auffordern macht einfach mal eine verabredung mit euch selbst wenn die kinder im bett sind wenn ihr zur ruhe gekommen seid verabredet euch mal mit euch selbst nehmt euch diese zeit denn ihr wollt herausfinden oder wisst ihr schon wer ihr seid das ist vollkommen egal ob ihr großunternehmer seid ob ihr einzelunternehmer seid ob du vielleicht nur selbstständig bist was heißt schon nur selbstständig geht rauf und runter auch in den schnipseln fährst erfährst du hierzu viele neuigkeiten aber im meet your ego wirst du mehr dich selber kennenlernen und wenn du dich selber kennst sind viele dinge viel viel leichter liest die schnipsel bis zum nächsten freitag bis zum nächsten mal